Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten, wie berechne ich mit dem Casio hier diese beiden Vektoren, also die Addition von diesen beiden Vektoren. Dazu brauche ich hier ein Menü, dann hier auf die 5, wo Vektorrechnung steht, dann hier Vektor definieren. Mein Vektor A soll hier dieser werden, also 1. Dimensionen, ja, hat er hier nur 2 Elemente oder 3, ja, hier hat er meiner 3, also 1, 2, 4. Zack, dann AC, dann springt ich wieder hin ins Menü wieder raus, dann brauche ich hier das Menü, also Opt. Dann will ich wieder einen weiteren Vektor definieren, also die 1, ich möchte definieren Vektor 2, also Vektor B soll dieser werden. Dann, dieser hat 3 Elemente, dann gebe ich ein 5, 6, 6 und jetzt brauche ich die Addition von beiden, also ich muss mir hier den Vektor A hinrufen, so, plus den Vektor B, das ist hier die 4 und dann drücke ich ist gleich und zack, erhalte hier das Ergebnis und zwar die 6, 8 und die 10. Und zack, das war's. Mehr ist da nicht dabei. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrothenik in 5 Minuten. Bis zum nächsten Mal, dann komm mal mit meinem Video zurich Matthäusche. Es war's für heute, ich weiß noch einen Rande der ganzen Tag, dann komm mal mit ihm PRO, laufen wir in der letzten Niemöte! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.